Gavrilo Princip war ein bosnisch-serbischer nationalistischer Attentäter, der am 28. Juni 1914 in Sarajevo den Mordanschlag auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand und dessen Ehefrau Sophie verübte. Dadurch wurde die Juli-Krise ausgelöst, die zum Ersten Weltkrieg führte. Princip war Mitglied der Melada Bosna, eines revolutionären nationalistischen Geheimbunds aus Schülern und Studenten. Der im von Österreich-Ungarn 1908 annektierten Bosnien-Herzegowina aktiv war, in Jugoslawien sowie in Serbien galt bzw. gilt Princip als Volksheld und wird teilweise noch heute als solcher verehrt. Leben Princip stammte aus einer Familie bosnischer Serben, die seit Generationen in der Krajina, dem Grenzland zwischen Bosnien und dem heutigen Kroatien, siedelte. Daher besaß er die 1910 eingeführte bosnisch-herzegowinische Landesangehörigkeit. Princip wurde in dem Dorf Opeljaj geboren, heute ein Ortsteil von Bosansko Grahovo, und verbrachte einen Teil seiner Jugend im zentralbosnischen Hajitschi, einem Vorort von Sarajevo, wo sich seine Eltern kennengelernt hatten. Er war eines von neun Kindern eines Postmitarbeiters, von denen sechs bereits im Kindesalter starben. Auch Gavrilo war immer klein und schwächlich gewesen. Seine älteren Brüder waren Jovo, später Sägewerksbesitzer sowie Holzexportunternehmer in Hajitschi und Nikola Princip. Jovo wurde zum Patriarchen der Familie, der für die anderen sorgte, und so kam auch der jüngste Bruder, Gavrilo, zu ihm nach Hajitschi. Später benannte Jovo einen seiner Söhne nach seinem verstorbenen Bruder Gavrilo. Prinzip galt als intelligent und machte in der Schule durch gute Leistungen auf sich aufmerksam. Obwohl der Vater gegen die Ausbildung seines Sohnes war, besuchte Gavrilo nach der Grundschule eine Handelsschule in Tuzla und anschließend ein Gymnasium in Sarajevo. In Hajitschi kam er erstmals mit Mitgliedern der serbisch-irredentistischen Schüler- und Studentenbewegung Mlada Bosna in Kontakt, zu der Bosnische Serben, Kroaten und Muslime gehörten und wurde deren Mitglied. Sie hatte das Ziel, Bosnien-Herzegowina von der österreichisch-ungarischen Besatzung zu befreien. Den Zusammenschluss der südslawischen Provinzen mit Serbien und Montenegro und die damit verbundene Bildung Jugoslawiens, sowie Bildungsmöglichkeiten für die Armen und die politische und ökonomische Einbeziehung in der österreichischen Quasi-Kolonie. Bosnien-Herzegowina Im Februar 1912 nahm er an regierungsfeindlichen Demonstrationen in Sarajevo teil und wurde dafür der Schule verwiesen. Im Mai 1912 zog der 15-Jährige nach Belgrad, um dort das Gymnasium zu besuchen und anschließend zu studieren. Zunächst schlug er sich als Hilfsarbeiter durch und pflasterte Straßen, weil er die geringe Unterstützung, die er von seinen Eltern erhielt, mit mittellosen Freunden teilte. Hier geriet er in das Umfeld der Narodna-Ortbrana, wo serbische Nationalisten ihm und seinen Jugendlichen mit Tatentätern, Nedelejko Kaprinovic, einem 19-jährigen Druckergesellen und Reifko Grabitz, einem 18-jähriger Schulabbrecher, materiell und emotional unter die Arme griffen. Die jungen Leute berauschten sich am Nationalmythos, wonach Serbien seit seiner heroischen Niederlage auf dem Anselfeld 1389 stets das Opfer ausländischer Umtriebe gewesen sei, den sie auf die österreichische Fremdherrschaft übertrugen. Danach würden die Wiener Behörden die Serben in ihrem Herrschaftsbereich wirtschaftlich klein halten. Prinzip lernte in dieser Zeit Petrovic in Jegus Epos Bergkrantz über den heroischen Abwehrkampf gegen die Türken im Spätmittelalter auswendig, indem der serbische Nationalheld Milošo Bilic den türkischen Sultan Muradipunkt ersticht. Prinzip und seine Freunde sahen ihr Vorbild außerdem in Bogdan Ceacic, der am 15. Juni 1910 nach einem gescheiterten Attentat auf den Stadthalter Österreich-Ungarns in Bosnien und Herzegowina Marian Freiherr Varesanin von Vares Selbstmord begangen hatte und hielten sich öfters an dessen Grab auf Prinzips Ideal war der Jugoslawismus, die Vereinigung aller Südslaven in einem eigenen Staat. Während seines Prozesses erklärte er, Ich bin ein jugoslawischer Nationalist mit der Vereinigung aller Jugoslaven als Ziel, mir ist es egal in welcher Staatsform. Jedoch muss er von Österreich befreit werden. Anführungszeichen Dabei war es für ihn aber selbstverständlich, dass die Hauptstadt dieses Jugoslawiens Belgrad und die Serben darin das dominierende Element sein würden. Der serbische Offizier und Führungskader der Geheimorganisation Schwarzer Hand vor Islav Tankusik nahm sich seine an. Zu Beginn des Ersten Balkankriegs reiste Princip im Oktober 1912 in das südserbische Prokopje, wo er sich als Tschetnik freiwillig melden wollte. Er hatte vor, dass am Silfeld die mythische Wiege Serbiens von der Herrschaft der Osmanen zu befreien, doch sein Freund Major Vojislav Tankusik, der kommandierende Tschetnik, lehnte ihn wegen seiner schwachen Konstitution als unauglich ab. Wahrscheinlich litt Princip schon damals an Knochentuberkulose, einer Krankheit an der er sechs Jahre später sterben sollte. Als Ersatz für die Demütigung seiner militärischen Unauglichkeit begann er, Attentatspläne zu schmieden. Attentat von Sarajevo Als Prinzip im März 1914 erfuhr, dass Franz Ferdinand im Anschluss an die Sommermanöver, die die K.U.K. Armee in Bosnien durchzuführen plante, Sarajevo besuchen werde, entschloss er sich zu einem Attentat. Terroristische Anschläge auf hochgestellte Persönlichkeiten waren in dieser Epoche nicht selten, So waren der russische Zar Alexander II. Franz Ferdinands Tante Elisabeth von Österreich, Ungarn und der amerikanische Präsident William McKinley Attentaten zum Opfer gefallen. Punkt. Prinzip überredete seine Freunde Kaprinovitsch und Grabitz mitzutun bei seinen Vernehmungen und im Prozess beharrte er darauf, dass der Anschlag allein seine Idee gewesen sei. Warum er den Erzherzog als Opfer auswählte, ist umstritten. Gunnar Hering nimmt an, sie hätten Franz Ferdinand als Verfechter eines harten Kurses angesehen, wohingegen sie nach Christopher Clark befürchteten. Er würde als Kaiserstrukturreformen im Sinne des Trialismus durchführen, die ihre Pläne durchkreuzen würden. Ein Zusammenschluss von Kroatien, Bosnien und Dalmatien zu einem eigenständigen Dritten Reichsteil der K.U.K. Monarchie hätte dem Projekt einer Vereinigung aller Serben in einem eigenen Staat das Wasser abgegraben. Es gibt auch die These, Prinzip habe irrtümlich angenommen, die Manöver dienten einem Überfall Österreich-Ungarns auf Serbien. Den er verhindern wollte, Milan Siganovic wurde der Führungsoffizier der jugendlichen Verschwörer. Siganovic unterstand Tankosik. Tankosik unterstützte Prinzip und seine Freunde. Der Chef des serbischen Militärgeheimdienstes Dragutin Dimitrijevic, ein führendes Mitglied der schwarzen Hand, sagte dagegen 1915. Tankosik habe ihm von Prinzips Vorhaben berichtet, woraufhin er entschieden habe, ihm eine Chance zu geben. Nachher habe er das Attentat doch von professionelleren Männern ausführen lassen wollen, doch Prinzip habe sich nicht mehr bremsen lassen. Prinzip, Kaprinovic und Grabitz wurden in Belgrad für den Anschlag trainiert. Prinzip galt als der beste Schütze unter ihnen. In Belgrad erhielten sie vier FN Browning-Modell 1910 Pistolen, sechs Bomben und Violen mit Zyanid. Geheimdienstchef Dimitrijevic wies sie an, sich nach dem Anschlag umzubringen. Damit sie keine Bela-Ständen-Informationen über ihre serbischen Hintermänner abgeben könnten. Da alle drei Tuberkulose krank waren und wussten, dass sie nicht mehr allzu lange zu leben hätten, waren sie damit einverstanden. Vom 26. Mai bis zum 4. Juni reisten die Verschwörer auf zum Teil abenteuerlichen Wegen zurück nach Sarajevo. Serbische Zöllner ermöglichten ihnen, die Grenze nach Bosnien unkontrolliert zu überschreiten. Unterwegs wurden sie von serbischen Landsleuten versteckt, denen Prinzip seine Pistole zeigte und mit seinem Auftrag angab. Was den Zuhörern nachher langjährige Haftstrafen einbrachte. In Sarajevo schloss sich den Verschwörern Danilo Ilic an ein 23-jähriger Lehrer, der drei weitere Mitglieder anwarb. Vaso Kubrilovic und Cevet Kupopovic, zwei 17-jährige Gymnasiasten, sowie Mohamed Mehmet Basic, einen 27-jährigen muslimischen Serben. Der von Beruf Tüschler war, alle vier waren nicht geeignet für gewalttätige Aktionen und wurden beim Attentat nicht aktiv. Ihr Zweck war anscheinend lediglich, eine falsche Fährte zu legen und die Spuren der eigentlichen Attentäter zu Vervisionen. Ilic versuchte vergeblich Prinzip von dem Attentat abzuhalten, das er für unzweckmäßig hielt. An der Verschwörung waren auch andere Mitglieder von Mlada Bosna beteiligt, die nicht unmittelbar oder bewaffnet in Erscheinung traten. Velai Kukubrilovic war so Bruder und Lehrer aus Priboi, Misko Jovanovic, Kaufmann und Bankdirektor, Mladen Stojakovic. Arzt und später Volksheld im Zweiten Weltkrieg, sein Bruder Zreten, Wildhauer, Jastimir Dendjik. Gendarmerie Oberstleutnant und später Zetnik Wojvode, Mita Kirovic und sein Sohn Neda sowie Jakov Milovic, ein Landwirt aus Ostbosnien. Das Attentat, das die Gruppe absichtlich auf den 28. Juni 1914 gelegt hatte, den Widuftan, an dem die Serben traditionell der Schlacht auf dem Amselfeld gedenken, verlief chaotisch. Ein erster Bombenwurf durch Kapriinovic missglückte ebenso wie dessen Versuch, sich zu vergiften. Prinzip wurde durch herannahende Autos daran gehindert, seinen Freund zu erschießen. Kurz vor 11 Uhr vormittags sah Prinzip zu seiner Überraschung den Wagen mit dem Erzherzog, der von der ursprünglich geplanten Route abgewichen war. In seiner Nähe halten er zog seine Pistole und schoss aus anderthalb Metern Entfernung auf Franz Ferdinand und seine Frau. Die Erzherzogin erlitt einen Bauchschuss, der zu einer Ruptur der Baucherhauter führte. Die andere Kugel zerfetzte die Halsvene ihres Mannes. Beide verbluteten noch im Wagen, der mit großer Geschwindigkeit davonraste. Prinzips Versuch, sich verabredungsgemäß umzubringen, scheiterte. Er erbrach das Gift, das er geschluckt hatte. Passanten hielten ihn fest und verprügelten ihn mit ihren Spazierstücken. Die herbeigerufene Polizei verhinderte einen möglichen Lünchmord und nahm Prinzip in gewahrsam Prozess, Haft und Tod. In der Untersuchungshaft stellte sich Prinzip zunächst als Einzeltäter dar, musste aber nach Kaprinovitschs teilgeständisch einräumen, mit diesem gemeinsam das Attentat geplant zu haben. Über ihre Mitverschwörer und Hintermänner konnten sie den Ermittlungsrichter im Dunkeln lassen, da beide über geheime Klopfzeichen ihrer Aussagen miteinander absprachen. Bei den Verhören wurde Prinzip nicht psychisch unter Druck gesetzt oder mit Folter bedroht. Erst die Festnahme Iljeks führte zur Aufdeckung der Verschwörung bis hin zur Verstrickung Tankosiks, die noch weitergehende Mitverantwortung. Serbischer Behörden an dem Attentat blieb aber wegen Prinzips und Kaprinovitschs raffinierter Strategie der bewussten Verschleierung unbekannt. Im Prozess, der vom 12. bis zum 23. Oktober 1914 dauerte, bekannte sich Prinzip zu seinen Idealen und zum Gedanken des Tyrannenmords, er bedauerte lediglich die Erzherzogin erschossen zu haben. Als sein Ziel gab er die Zerstörung der Habsburger Monarchie an, die einem Zusammenschluss aller südslawischen Völker im Wege stünde. Da Prinzip zum Zeitpunkt der Tat noch nicht 20 Jahre alt war, konnte er nach österreichischem Recht nicht zum Tode verurteilt werden. Dem vorausgegangen war ein Missverständnis, das auf einem Schreibfehler beruhte. Bei der Geburt trug der Pfarrbeamte in Prinzips Geburtsverkunde irrtümlich Juni ein. In den kirchlichen Büchern trug er jedoch das richtige Datum ein. Der Staatsanwalt hatte die Todesstrafe für Prinzip gefordert, weil er nach der amtlichen Geburtsverkunde zum Tatzeitpunkt genau 20 Jahre und 15 Tage alt gewesen wäre. Das Gericht folgte jedoch den Angaben in den kirchlichen Unterlagen und wies den Antrag des Staatsanwalts ab. Prinzip wurde zu 20 Jahren schwerer Zwangsarbeit in der kleinen Festung Theresienstadt verurteilt. Zahlreiche Familienmitglieder Prinzips, darunter seine Brüder Geovo und Nikola, wurden nach dem Attentat unter dem Verdacht der Mitwisserschaft verhaftet. Die Familie ist aber heute der Ansicht, dass keiner der damaligen Verwandten in Gavrilo Prinzips Plan eingeweiht war. Die Brüder seien einige Zeit in einem Lager in Arrod im heutigen Rumänien gewesen. In Theresienstadt wurde Prinzip in Isolationscheft in einer sehr engen, feuchten, dunklen Zelle gehalten. War bis 1916 ständig angekettet und durfte nicht einmal Verwandte als Besucher empfangen. Infolge der Haftbedingungen verfiel Prinzip gesundheitlich. Mehrfach versuchte er sich umzubringen. Ein Arm musste ihm amputiert werden. Schließlich starb er am 28. April 1918 im Gefängnis Lazarett. In seiner Zelle fand man nach seinem Tod folgende Zeilen, die er mit dem Stiel eines Löffels in die Wand geritzt hatte. Unsere Geister schleichen durch Wien und raunen durch die Paläste und lassen die Herren erzittern. Prinzips Leichnam wurde in Theresien statt anonym bestattet. Franteschek Löbel, österreichischer Soldat tschechischer Nationalität, fand Wladimir Dedia zufolge das Grab und erhielt mit vier Kameraden den Befehl, Prinzip im katholischen Ortsfriedhof zu begraben und die Grabstelle geheim zu halten. Löbel machte aber eine Skizze von der Lage des Grabes und schickte sie sicherheitshalber seinem Vater. Nach dem Krieg identifizierte Löbel die Grabstelle. Am 9. Juni 1920 wurden die Gebeine exhumiert und mit denen anderer toter Verschwörer auf dem Friedhof Kosevo in Sarajevo neu beigesetzt. Heute befindet sich dort an einer Kapelle eine Gedenkinschrift für Prinzip und anderem Lada-Bosna-Mitglieder. Hätte er ein paar Monate länger gelebt, wäre er wahrscheinlich als Held ins Königreich Jugoslawien zurückgekehrt, schrieb 2013 die Journalistin Adelheid Wölfel in der österreichischen Zeitung der Standard-Nachwirkung. Nach dem Ersten Weltkrieg galten die Attentäter von Sarajevo im Königreich Jugoslawien, das vier Jahre nach dem Mordhanschlag gegründet wurde. Bereits als Helden. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Prinzips Bruder Nikola, zu dem Zeitpunkt ein Arzt, von den kroatisch-faschistischen U-Star erschossen. Dies angeblich nur, weil er den Namen Prinzip trug. In der SFRJ entstand ein Prinzip-Kult, wenn auch der Staat sozialistische Helden bevorzugte. Prinzipsdeutung als jugoslawischer Volksheld lässt sich einer Rede Borko-Vu-Kobrats, eines bosnischen Kommunisten. Anlässlich der Enthüllung einer Gedenktafel zu Ehrenprinzips in Sarajevo am 7. Mai 1945 entnehmen, in der er ihn als die Saat, der viele Volkshelden entsprongsen, rühmte. Die Partisanen von Titus Volksbefreiungsarmee, von der Idee Gavrilo Prinzips und seiner Kameraden von Mlada Bosna, beseelt. Hätten unsere liebe Stadt wieder befreit, ja unsere ganze Heimat, die Ideen, für die Prinzip kämpfte, wurden verwirklicht. Im heutigen Bosnien- und Herzegowina sind in der Republika SRP-Ska in den Städten Banja Luka, Bijeljina, Mudrike, Heilgrad, Iska, Teslic, Andricgrad und Aventa-Straßen nach Prinzip benannt. Einen Tag vor dem 100. Jahrestat des Attentats enthüllten bosnisch-serbische Spitzenpolitiker am 27. Juni 2014 ein Denkmal für Prinzip in Ostsarajevo. Es war von der Bosnischen Republika SRP-Ska, der Republik Serbien und dem Filmemacher Emil Kustarike finanziert worden, der ein weiteres Prinzip-Denkmal in dem von ihm geplanten Küstendorf aufstellen will. Am 28. Juni 2015, dem 101. Jahrestat des Attentats, wurde in der Innenstadt von Belgrad im Finanzpark in der Nähe des Regierungsviertels ein Denkmal für Prinzip enthüllt. Prinzip gilt unter den Serben als unabhängig handelnder bosnischer Revolutionär. Seine Verbindungen zum Belgrader Geheimdienst und zur schwarzen Hand werden geleugnet. Sonst hätte Serbien ja eine Mitschuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wie der deutsche Journalist Michael Thuman bemerkt. Im bosniakisch-kroatischen Lande steil und in Kroatien dagegen distanziert man sich überwiegend von dieser Verklärung. Hier sieht man Prinzipia als Terroristen, als Werkzeug Serbiens, das eigene Territorium auszuweiten. 1990 wurde Prinzips Leben unter dem Titel »Gavre-Prinzip – Himmel unter Steinen« von dem österreichischen Regisseur Peter Patzak verfilmt. Welche historische Bedeutung Prinzip zukommt, hängt von der jeweiligen Beantwortung der Kriegsschuldfrage ab. Nimmt man an, dass das Deutsche Reich den Krieg anstrebte, um sich aus seiner angenommenen Umklammerung durch die Triple Attate zu befreien oder den »Griff nach der Weltmacht« zu wagen, kommt Prinzip nur die unbedeutende Rolle zu einem Anlass geliefert zu haben, der bei gleichem Ergebnis auch ein anderer Härte sein können. Glaubt man dagegen, dass der Weltkrieg nicht auf Absichten, sondern auf eine Verkettung unglücklicher Umstände zurückzuführen ist, wird seine Bedeutung ungleich größer. In diesem Sinne bezeichnet der amerikanische Sozialwissenschaftler Stephen Pinker Prinzip als wichtigste Person des 20. Jahrhunderts.